Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Let's Play von Witcher 3, Hearts of Stone. Los geht's! So, wie ihr hier bereits bewundern könnt, ich habe jetzt in Abwesenheit 38 gemacht. Und hier seht ihr das komplette Ophiri-Set. Das Silberschild ist nicht von Ophiri, das ist Harpje. Aber das hier ist der Ophirische Säbel. Das ist die Bubble Rüste. Nun gut, also, hier mit der Hauptpass weiter. Müssen wir jetzt zu von Averek anwesen. Ja, ich höre dich. Du Typ. Kendrick, Kendrick, du bist da? Nicht so loud. Ah, Gott, es hat mich immer angeschaut. Nicht so loud, ich sagte. Fog's not natural. Could be something in there hiding. Foglets or air nymphs, for example. Nymphen? Ich will sie nicht, ich glaube, sie wollen. Foglets? Oh, sweeten. Ähm, klauen. Good question. What are you doing here? See, Kendrick and me, we thought man has been empty all these years full of fine things going to rot. Mm-hmm. So you're a thief. Thief, steal from the living. What's the harm taken from the dead? Kendrick went to open the door. I stood watch. Suddenly heard his lamp smash. Nothing. Quiet. I called out to him, but... So bubble. No. 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 That's a stone off my... I'll see what that was and look for your partner. You? I hate about to wait around. I'm out of here. Oh, oh good. Pretty sprawling this estate. Someone's still tending to the flowerbeds. No violet rush though. No violet rush though. Fischer dum. Ein Gärtner. Das ist immer der Gärtner. Water's ice cold. Mountain's stream cold. Hm. Ist hier noch was? Ah, ne Bank. Rather worn. Used often. Wunder by who. Und ein schwarzer Hund. Oh mein Gott. Ich rede mit dir. Was machst du mit einem... besten Schuh, bevor du verhörst? Warum? Ein Grave hier? Warum nicht? Naja, ähm... Ich finde die Ausrüstung cool. Die ist echt schick. Und mit der Brille. Sehr gut. Herr Blut, wenn die nicht in Winterruhe wären. Hm. Was soll mir das sagen? Was ist denn hier? Szenen einer Ehe. Jetzt gehe ich erstmal hier rein. A busted lamp. And the ground's trampled. Da lang? Was? Okay, das sind Schleifspuren. Hat er schon richtig. Nagel, Stiefel sind das die Ritter tragen. So, spitz zugehen. Ist es wieder der schwarze Hund? Ne, schwarze Katze. Hier wohnt eine Hexe. Hm. Gar nicht creepy, das Anwesen. Gar nicht. Mester! Da. Der Mensch mit der Päntchen. Kann Wuffensteiner bieten. Graves. Unmarked. Laid in rows. Like gardenbeds. Hey. Heard me? Der hat aber keinen normalen Arm. Ja, selber schwer. Richtige Entscheide. Warum leuchtet das Schwert jetzt nicht mehr? Ein anderer Thief. Der Körper ist mutiliert. Wer bist du denn? Ein normaler Mann. Hm. Nee. Damn. Los, gib ihm deinen Namen. Keine Ahnung, was das ist. Paddle. Okay. Okay, Paddle ist stark. Und ich habe meine Tränke nicht aufgeführt. Ich bin der Vollidiot. What? Oh. Wer ist das jetzt eine Frau? Oh. Was zur Hölle? Ich liebe diese Kämpfe hier. Mein Respekt an die Macher für die DLC. Das ist echt nice. Wieso hast du Voll-AP? Wenn er die Geister tötet, kriegt er wieder... Wenn er die Geister tötet, kriegt er wieder... Oh, hier war ich noch fahrig. Okay. 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 Dann... 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 Das ist mit dem Heel in, das kacke. Mag nicht. Mag keine Gegner, die sich heilen. Er kann das, glaube ich, sobald ein Balken weg ist. Jetzt müsste er das machen. Vielleicht gehört es aber auch mit dazu, dass er sich ab und zu heilt. Aber... Davor möchte ich bitte nicht ausgehen. Sicherlich nächstes Mal nicht. Ach, der Kalltjammel. Sobald die Schaufel blau ist, heilt, er sich mit angriffen. Ich sprüche jetzt. Dann wird auch sein. Nicht so. Ich krieg's nicht mal ein. Jetzt krieg's eventuell ein. Nein! So. So exakt. Was schon wieder heil, dass ich... Ich bin gestern. Ich bin gerade im Face-Tweak, sorry. Okay. So. Weiter, wieder. Ja! So, das war's mit dem Pedal. Aber cooler Kampf. Cool animiert. Nette Idee. Haben wir mal nicht anders. Was war das? Keine Augen oder Nostrille, deformte Organe. Das verdammte Sache hatte kein Recht, zu leben zu sein. Die Exelos. Well, Philosophers do still debate what it means to be alive, exactly. Normally I'd be shocked, but not after what I just saw. Who are you two? Clearly not animals. Think of us as friends of the house. What's with the show? The pretense that you're animals. You couldn't have warned me? No. We're obliged to maintain discretion. So why talk to me at all? Why? Well, we get so few chances to talk. Gonna need a better answer than that. Later. What about this thing? What can you tell me? Friend of yours? We called him the caretaker. The caretaker. Doesn't look like any creature I've ever seen. Where'd it come from? From very far away. He was summoned to guard Lady Iris in the home. He tended the garden, took care of unwanted guests. Very far away. Meaning where exactly? The name of this place would mean naught to you. It's all right as well. You know the master of the house, the owner? Olgierd von Everich? Yes. We know him, but he left and his wife became mistress of the house. Er, there's always all right. So, Lady von Everich home? Could you announce me? Say she has a guest? Why do you wish to see her? I'm here to get the Violet Rose Olgierd gave Iris just before he left. Ooh, as Violet's hasn't been out. Iris is inside. In the bedchamber upstairs. Take his key. It opens the rear door. Guess I'll make my own introductions. Yeah, so... So, how should I address you? As you did now. We'd rather keep our names to ourselves. If not. Oh fuck. Spatendes Paddel. Boah, geil. Man heilt sich damit. Gibt schlechtere Waffen. So, come on. Oh, come on. Spaß. Zieh ich den mal kurz an. Rustin aus. Ich zieh ihn ja nicht. Oh. Ich schenke normaler Spaß. Surprise! So, ich wollte aber kurz mal gucken, ob hier oben was ist. Wo wir gekämpft haben. Bei den Greiber ist nix. Beim Dieb auch nicht. Hier hängt ein Seil. Oh, hier leuchtet was. Okay, komisches Geruch. So, vielleicht kann ich mir dieser verzierten habe. Kann ich irgendwas anfangen, wenn ich sie treffe? Die Iris, ne? Hm. Was nur? Du Caretaker! Das ist so strange. O-Gear sieht nicht wie der piouser Typ. Nach diesem Haus wirkt er gar nicht mehr normal. Thief! Was? Warum... Warum rufst du Dieb? Moment, darf ich hier... eine Stunde vernachten, bitte? Ah, perfekt. So, und jetzt rüste ich kurz. Wo ist denn? Äh... Wie fällt... Oh! So, ich weiß jetzt sowas hab. Such Katze! Das kann's sein. So, geht er. Jetzt seh ich nämlich um einiges besser. Das hat Katze so an sich. Äh... Schon weg. Glitzerglitzer! Was könnte da nun sein? Äh... 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 Ach, ich hasse wussten. Ach, das Gemälde ist ihres. Obwohl, jetzt ist oben im Schlag, aber... Oh, ich... Äh... 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 Mach wohl doch ihres. Trauer immer deinem ersten Eindruck. Woah! What the hell was that? Freude! Waren uns Skizzen... Ooooooh! Ooooooh! Was ist das denn? Ach so Scheiße. Ich hätte mal gerne größere Satteltaschen, das wäre echt super. Na, ist auch nicht besser. Ah ja, und ich muss mal kurz meine Waffe reparieren. Äh... Ja, wunderbar. So. Woah! You won't die here. Mh, nein. Da habe ich Einspruch. Ich muss hoffentlich jetzt... Hm... Tidy. And everything's clean. Ready for a meal to be served. Caretaker must still set the table. Naja... Ähm... Vielleicht muss ich jetzt ganz viele Items sammeln. Dass ich sie dann... Freien kann. Dann muss ich nämlich gar nicht gegen die Campen. Verschlossen. Na... Was noch sonst? Äh... Äh... Oh! Da müssen Stuhl... Nee, der Stuhl war schon weg. Okay, hier unten ist nichts mehr. Ja! Außer unsichtbare Wände. So. Und hör offen mich her. Och komm, sonst war die gleiche Animation wie eben. Hätte mir doch nicht antun. Übrigens ihr Gesicht wurde auf den Gemälden verbrannt. Oh! Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in it's own way. Oh! Hmm... Fire damage. Interesting. Nicht wahr. Oh! Ich will das wieder aufheben. Ich darf so creepy Geräusche zu machen. Oh! Dankeschön! Warum hat Katze gerade aufgehört? Äh! Deswegen! Haha! Cool! Wenn mal Erscheinung ist leichter zu besiegen, wenn ich in der Erde ganz stehe, oder? Ne? Was, 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 was? Ach, warum so viele heilende Gegner? Okay. Okay. Jetzt bin ich aber leise hier. Ich bin bisher... Als die anderen Erscheinung, die ich bisher getroffen hab. Ach! Möde Heilung! Fahr zur Hölle! Du machst mir ja gar keinen Schlag. Ach! Das ist eine schwache Erscheinung! Nein! He, 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 he! So macht man das! Wird der Gang jetzt gerade. Was war das denn? Eine Erscheinung. Das stand oben drüber. Oh, es brennt! Helft mir früh auf! Ach, da ist sie ja auch. Hallo Iris! Was? Ist das Quest relevant? Jetzt haben wir das gebellen und nicht mal angucken. Na dann. Was soll ich dazu noch sagen? Oh! Oh! Sie sind sogar stark. Krass. Sie müssen sie sein. Verdammt! Sie wünschst, sie zu sehen? Hier ist sie. Ein Mann sollte seine Wünsche aufmerksam machen. Sie verstößt die Überraschung. Ich habe das gefragt. War ja klar. Ich habe das gefragt. War ja klar. Was lieb. Ich sehe nicht mehr Wünsche. Na, kommt. Was bedeutet das? Ein harter Attack? Nein. Es war einfach nur ein hart. Ich finde es schwer zu glauben. Das ist doch genau was passiert. Einmal habe ich mich hier geschlossen. Ich lag hier in der Mitte und verletzte. Wir können uns teleportieren. Warum kann das jeder aus der Gehaut? Es kommt der Hebel nicht. Wir haben noch ein paar Jahre. 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 Aber das hat uns nicht von der Arbeit geholfen. Entschuldigung. Du willst diesen Ort verlassen? Die Körper verlassen? Entschuldigung? Nein. Nicht wirklich. Ihre Geist ist nicht. Sie sind nützlos, schrecklich. Sie schrecklich. Sie schrecklich. Frau von Everett hat viel zu schuld. Sie ist unkürzelt. Sie ist nicht zu schrecklichen Folgen. Sie kann sich nicht hören. Ich muss sie auf die Geist zu sprechen. Es ist nicht einfach eine Aufgabe, Ich muss jetzt aber nicht die Leuchte dahintragen, oder? Ah, fies... So... Hey, ihr zwei! Ne? Guckt mich nur gruselig an, ne? Schade... So, das wird ihr gerade... Ich weiß das schon... Ihr Pessimisten... Dann halt... hier beim Malen... Was durfte ich jetzt mit der Böse eigentlich machen? Ja, sie liebt, zu schildern... Iris von Everick hat irgendwelche Last-Requests, zu sagen, wie sie ihre Erlebnisse ausgelistet hat? Sie feiert die Todes... Wollte, dass niemand sie zu ihrer Burial sehen würde, oder sie eine leute Worte zu sagen... Ich glaube, ich werde das machen. Dann bist du der Sein, der nichts macht. Sehr gut. Ich weiß nicht, dass Iris von Everick war, aber die Schilder hier zeigen, dass sie und Olgierd eine liebende Familie waren. Ah! Ah, okay... Ah... Ah, ja... Das Spiel weiß ich wirklich. Ah, okay... Ah, ja... Und jetzt... Jetzt ist es... Ich weiß nicht, was ihr habt... Ah, ja... Ah, ja... Ah, das Spiel weiß ich nicht... Ah, ja... Ich weiß nicht, was ihr wisst... Oh, ja... Ah! Das Spiel weiß ich nicht... So, habt ihr zwei noch was zu sagen? Ich fand aber die Vorrede mit der Geste... DAT MUSS KLAPPEN! Ich bin emotional als sowas, wenn man sagt... Bein oben... Ach, diese war hübsch... Entschuldigung, dass du dich aus deinem Raum schraubst. Ich muss dich fragen... Schauen wir uns das Bild gemeinsam an. Oh, ok, das sieht schön aus. Also, das schluss. Should I follow you? Alright? Es ist ein Trapp! Aber es ist doch echt cool, die Hop-Story. Mir gefällt es. Die Held auf jeden Fall ein cooles Niveau. Ach... Ich habe sie selbst drauf gekommen. Wie kommen Sie hier in? Wir leben in beide Worlds einmal. Ah... Strange, aber... Einer von Iris von Evereck's dreams. Es existierte nur in ihr Mind, während sie lebte. In Death, es hat sie verletzt. Es ist eine sehr fantastische Geschichte. Es ist schwer zu glauben. Es ist ein Trappker. Jetzt ist es jetzt noch schön. Aber woher ist Iris? Sie haben sie, aber sie ein Moment. Wenn Sie mit ihr von ihr erzählen müssen, Sie sollten sie aus ihrer Schlumber aufmachen. Sicher, aber wie? Sie sind ein Trappker, nicht? Sie haben sich die Treken aubergen presche? Ja, also? Ich will wissen, was sie sehen. So, hallo. Wie gehen sie nicht? Das ist eine Erinnerung. Aber es ist nicht komplett. Blurred. Du musst in die Nähe und es riechen. Der Pinsel fährt. Und du fährt ein Buch. Ha! ...eine Palette. Pieces of tableware for an afternoon tea or breakfast. Was? Was? War nicht ernst gemein. Wahrscheinlich nicht richtig. Wahrscheinlich nicht richtig. Wahrscheinlich nicht richtig. Wo können denn noch Sachen rumliegen? Ah! So! Buchlack ist richtig. Wo ist der Pinsel? Was ist der Pinsel? Was ist der Pinsel? Perfekt. Oh, das reicht schon. Ich fand trotzdem, dass irgendein Pinsel in der Hand fehlt. Oh! We should get a dog. Or a dog and a cat. Even better! Huh? When the rain comes, the dog will rule my feet and the cat will play with a ball of yarn by the fire. What do you think? Are you even listening? Apologies dear, I had my mind on my book. Is it that terribly absorbing? Hmm? Yes, terribly. No what, let's go inside. Also er ist der Abenteil, Mensch, du siehst die Schläfrige. Passt super. Oh, sorry, dear. I feel unwell. I'll go in. You stay a while longer. Ah, Bean. Im Brunnen gibt's keine Erinnerung. Küch mich mal an. Ah. Ach, die heißen alle erscheint. Schau, ob ich dafür Erfahrung bekomme. Spiel. Viel besser. Hier haben wir die nächste Szene. Hier haben wir eine Blume. Und ein Glas. Das ist jetzt die Frau, oder? Hat sie denn den Becher? Wie? Ah, er hat schon ein Becher in der Hand. Ist das schon eher Blumensiebächer? Herr Professor. Der Becher hat gesagt, dass die neue Wunderns begeten mit ihnen das Blumen und Salz. Aber wir sind alleine. Ich brauche niemanden nur dich. Oh, ob ich nur diesen Moment könnte das immer funktionieren! Ich will sehen was ich tun. Aber komm in und nach Hause. Du freigst. Die Bosch-Spinner Nein, nicht hier Ich bin Ich bin Ich bin eine Bosch-Spinner Ja, hör auf! Hör auf! Steh durch! Hör auf! Komm! Das ist an der Wand! Oh, nein! Nein! Ist das der Caretaker? Nein, ein Nachtmärm! Ein Angst, kristallisiert! Ein, den du jetzt befestigen musst. Äh... Eosons... Was jetzt, du kristallist? Na, spinne! Hallo Jagger! Komm! 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 So! Easy! Ich hasse aber gegner die die ganze Zeit weglaufen. Und sie auch erst gar nicht anfangen zu kippen. No! Ah, das ist egal. Oh, das ist zum Ende. diese Totenstelle und zu das Bildern Oh, die Eul geht hin Ich weiß ehrlich gesagt nicht was fehlt Ich meine ich kann doch hier gar nichts machen Außer die Kerzen anzünden Da brennen noch die Ja, zwei brennen noch Oh, finde den Unterschied Was sind vier Gäste Ach, der Kamin brennt Oh, Feuer Ach ja 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 Was ist das? Ja Wir brachten einige von Iris'e Her favorite brush, her cherished doll Ah, and this for you Banknotes Banknotes We paid off your debts, bought them out to avoid bringing shame to the family Hmm Ah So nice of Mama and Papa to remember me Okay Now you see his true nature? I will be warned you before the wedding A ruffian and a board who keeps the company bandit Are you not afraid to live under one roof with that rabble? Oh Ah, super Darf ich nochmal gegen kämpfen werden? Ah Diesmal hast du aber keine speziellen Fähigkeiten Ha So let's follow him So let's follow him Ah We are here again I don't like this place Nää I Weis auch nicht Wuselig Wurde ich hier nicht leben wollen 갈bein Na Wurde 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 Ha Das war's schon Viä Wurde 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 Kõh Kõh Wurde 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 Nichts. Ich habe ein bisschen schraubt, das ist es. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Inkstains. Ich schreibe letters. Ich werde bald nach Oxenfur gehen. Vielleicht sollte ich mit mir kommen. Oh, das ist eine fantastische Idee. Eine Reise würde uns beide so gut machen. Dann ist es entschieden. Jetzt ist es Zeit für den Bett. Ich bin beeinflusst. Ich kann nicht schlafen jetzt. Es ist aus der Frage. Christian, komm. Ich werde dein Portrait enden. Wie kommt er auf den Tisch? Wie kommt er auf den Tisch? Oh mein Gott. Zurück. Zurück. So, wir haben ein Glas. Der Apfel liegt. Vorne. Traubenmittel. Keine Ahnung. Achso. Nach rechts. Du darfst dich eventuell auch mal einen Blick drauf werfen. So, wenn du dich auf den Tischliefst. Was? Nein. Ja. so wie das Bild. Ich habe ein bisschen Arbeit, die ich zu sagen muss. Mal wieder? Allgeerd, wir haben uns nicht gewohnt, dass wir einen anderen einhalten haben. Wir haben gesagt. Entschuldigung, ich will nicht darüber sprechen. Allgeerd... Allgeerd! Du bist weh. Was willst du, ha? Okay. Dann geh einfach weg. Ha! Ich kann auch gegen 1.000 LGS kämpfen. Huah! Hehehe! So, wir haben die Liste. Wie hat er sich selbst verflucht? Die Gäte von mystery. Between worlds? A library of an occultist. Bloodpacks. War on foreign presences. Pentagrams hier to bind summoned beings. Lines aren't all clear though. Need chalk to fix them. Then I can set out these wax candles. Wo ist denn ein Kreis? Wo ist denn ein Kreis? So, machen wir den Kreis fertig. Oh, ich muss die Bücher lesen? Okay. Okay. Ich muss die Bücher irgendwo hinlegen. Das hätte ich viel lieber gemacht. Wie müssen wir hier sein? So. So, jetzt kommen wir zum Teil. Da ist schon ein Fertig. Muss der Kreis durch eine Barriere aus brennenden Bienenwachskerzen zusätzlich abgesichert werden? Ein Kreis, also. Da! Ah! Der Spiegelmeister ist wahrscheinlich ein Genie. Ein Gin! Cool. So, was waren jetzt meine Optionen hier? Ah. Hä? Komm zurück! Wir müssen sprechen! Geh weg. Ich will, dass ich allein sein bin. Nicht diese Zeit. Komm raus einmal! Lass mich weg. Ich möchte nur in Frieden arbeiten. Hm. Nein, nein. So klappt doch keine Ehe aufjert. Wahrscheinlich ist er deswegen jetzt so verwittert in der Realität. Wahrscheinlich ist er deswegen jetzt so verwittert in der Realität. Weil er die falschen Prioritäten gesetzt hat. Warum kann ich das jetzt überhaupt sehen? Warum kann ich das jetzt überhaupt sehen? Hat sie geschwingst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm schon, Spiegelmeister. Tauch auf. Komm schon, Spiegelmeister. Komm schon, Spiegelmeister. Sie müssen sie jetzt suis приほ Какich- Tja. Was muss ich benutzen, verdammt? Ich habe sie alle versucht. Ich will unsere Pakt enden. Ich summt sie! Tja. Super! vor mit der gemälde doch super und wenn ich schon wieder so begegnen rostmann 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 Verpiss dich! Hier bin ich nicht sicher! Weiß auch nicht! Ah! Puh! 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 Das war's wieder mal mit diesem Teil! Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!